Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Grüßt euch miteinander. Ich bin Hans Friedl und man sagt mir nach, ein sehr geselliger Mensch zu sein. Ihr könnt euch daher vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, wieder auf Festen und Versammlungen mit Menschen wie euch zusammenzukommen und mich austauschen zu können. Im Landtag werde ich sehr gern aufs Neue mit Besuchergruppen und Schulklassen diskutieren und mich endlich wieder auf meine politischen Steckenpferde abseits von Corona konzentrieren. Bauen und Wohnen, bezahlbare Miet- und Immobilienpreise, natürlich ein Verbraucherschutz, der den Namen auch verdient. Denn Bayern ist gut, muss aber in vielen noch besser werden. Wenn Menschen wieder ihrem Alltag, ihrer Freizeit, ihren geliebten Hobbys und Gewohnheiten nachgehen können, werde ich das mit viel Zufriedenheit im Gesicht begleiten. Auf bald, euer Hans.